Musik Herzlich Willkommen zum Playable Teaser von Gothic 1 Ein Remake sozusagen, aber das ist halt nur ein Teaser, ein kurzer Ausschnitt Also die Macher von Gothic wissen noch nicht genau, ob sie sowas machen Die wollen erstmal auf die Fans hören und gucken, was sie zu sagen haben Und wenn das Ding hier bei Steam gut ankommt, ja Dann werden sie ein Remake von Gothic 1 machen Das wäre doch mal geil, oder? Aber zur Zeit stehen die Reviews bei Steam auf ausgeglichen, also Ich bin gespannt Ich werde das jetzt nicht die ganzen zwei Stunden spielen, ich werde schneiden, ja Wie in meinen anderen Videos Das ist die König von Burtanmen für seinen Armee und jeder Mann, zu einem Krieg, egal wie insignificant, wurde erzeugt in den Orenmines von Korinis. Um es zu können, die Königin auszutreten, der König ausgerichtet hat, die besten Magister der Königin, um eine magische Barriere um die ganze Welt. Aber etwas verletzte die selten Struktur der Magie. Wir waren in unserer eigenen Barriere. Die Königin haben die Königin die Königin. Der König hatte keine Wahl. Er musste zu negatieren. Er brauchte die Oren. Aber seine Vorbereitungen haben sie nun einen hohen Preis. Mal nach Mal, der Königin hat alles, was die Königin brauchte. In exchange of tons of Oren. Until the present day. Another Convict was brought to the lift. Er wusste nicht, aber er würde alles ändern. Das war das Intro. Intro ist ein bisschen anders als im Hauptspiel, also als im alten Gothic 1. Man fängt ja auch nicht in irgendeine Höhle an. Er wusste nicht, dass sie nicht mehr werden. Natürlich. Jetzt ist es nur du und ich, mein Freund. Keine Höhle. Keine Höhle. Keine Höhle. Keine Höhle. Einfach ein einfaches Wach. Er ist ein Wach. Wer ist das? Wer ist das? Was ist da? Oh! Oh! Uh! Ah! 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 That was close! Oh, shit! Oh! Oh! Na klar, und das hat er bestimmt überlegt. Oh, Gott, verdammt. Was ist der Verdammt? Du musst eigentlich tot sein. Oh, ich bin in einem Stück. Oh, danke Gott, keine Blut. Oh, wo ist der Skrull? Oh, das ist okay. Okay. Let's move on. Oh, okay. Right. Ich habe schon eine erste Waffe. Oh ne, das ist nur eine Fakten. Oh, gut. Ja, jetzt geht's los. Also ich muss sagen, ich habe den ersten Teil nie richtig gespielt. Ich war da noch wahrscheinlich zu klein. Aber ich habe immer meinem großen Bruder dabei zugeschaut, wie er das Spiel damals gesuchtet hat. Haben wir wahrscheinlich alles heimlich gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Fakt ist, wir durften früher als Kinder eigentlich nicht am Rechner sitzen. Wenn wir erwischt wurden, dann gab es schon etwas Ärger. So, die Grafik ist natürlich recht geil gemacht. Also geiler als im ersten Teil natürlich. Das ist ja nicht alles. Mit A springe ich. Links dick renne ich. Und das... Dieses Lensflare Ding, das nervt ein bisschen. Fast wie so ein Film von... Ähm, ähm, ähm... Er ist der Typ, der immer irgendwie viele Lensflare in seine Filme reinpackt. Ähm... J.J. Abrams. Geht's nichts. Gibt's doch sonst wenig aufzuheben. Irgendwie. Ungewöhnlich für ein Piranha-Balz-Spiel. Ah, das ist ja nur ein Playable Teaser. Also das... Das hat mal nur so einen Test. Das ist nicht mal eine Alpha oder sowas. Nicht mal eine Pre-Alpha. Aber ich finde die Idee schon mega geil, dass man jetzt ein Remake von Gothic 1 machen will. Darauf freuen sich bestimmt sehr viele schon. Okay. Gut. Ah, okay, jetzt bin ich draußen. Ist ja doch überhaupt keine Höhle gewesen. Ist ja doch überhaupt keine Höhle gewesen. Dachte... Dachte ich werde ich die ganze Zeit in so einer unterirdischen Höhle. Tiere. Aber die Grafik ist schon ganz nett, mit dem Nebel und so. Ist schon einen Ticken besser als Elex. Let's get the hell out of here. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Ja. 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 Okay, 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 calm down. Worst prison ever. Definitely. I have to get out of here as soon as I can. Was war das? Aber ich muss nicht gehen, das Ding kämpfen. Aber ich... Ich denke, muss ich das doch. Ich denke, muss ich das doch nicht mehr machen. Was ist das? Oh, Mann, was ein Schuss. Oh, come on. Oh, please, it can't be real. Das ist ein Schuss. Hallo? Du warst auf deinem Weg. Dann bin ich auf meinem Weg. Ich werde dich beobachten. Okay, okay, jetzt einfach. Es gibt nichts zu beobachten. Okay, ich bleib' wo du bist. Ich mach' mich verletzen! Oh, lass mich gehen! Freiliger in! Ach, Freiliger in! Ach, Freiliger in! Muss ich gar nicht. Wegen 3! Fiesa kämpfen! Das war's schon! Oh, come on! What are you waiting for? I haven't got enough! Oh, das war's schon! Oh, come on! What are you waiting for? I haven't got enough! Ich war nicht so gut! Boah, so das Lee war nicht sehr gut. Diego! Warte, Diego, den kenn ich auch noch. Guten Morgen. Ich hoffe, dass du gut bist. Guten Morgen. Ja, ich glaube, ich habe. Aber ich weiß nicht viel, was gestorben ist. Du hast die Fauna-Lokale. Die Fauna sind sehr schrecklich. Konversichtlich sind sie etwas mehr docile während der Nacht. Ich bin nachher, um etwas zu essen zu essen. Better als du, eh? Der Fleisch ist ein bisschen schwer, aber es schmeckt besser als Rooki-Meat. Oh, und... Ja, ja, das ist nicht wichtig. Mein Name ist Diego. Und ich bin der Leiter... ... der Schäden in der alten Kampen. Oh, und... Ja, ja, das ist nicht wichtig. Du bist ein Konflikt in der Kolonien, jetzt. Neue Prise, neue Leben. Das ist das, was die Leute sagen. Ich bin hier von der Kampen. Ich bin hier bei dir, Rooki-Meat. Ich bin hier von dir, Rooki. Hey, das Schmarrn belongs zu mir. Ja. Ich habe es, wenn du es war. Nichts, Rooki-Meat. Ich gebe es dir zurück. Ich gebe es dir zurück, wenn wir leave. Es ist ein Ungewöhnlicher Dokument. Normalerweise, Rookies kommen hier mit Skrulls, die ihre Gräufe aufzunehmen. Ha! Diese Formalität ist sinnvoll hier. Es ist egal, welche Gräufe du gemacht hast, außerhalb. Du hast viel Zeit, um sie hier zu arbeiten. Ha! Wenn du lange genug leben. Deine, auf der andere Seite, ist besonders. Es ist roh und trägt ein knacktes Seel. Es ist ein Skrull, das für Majen betrachtet. Warum haben sie mir ein so wichtiges Dokument gegeben? Warum haben sie mir so wichtiges Dokument gegeben? Ich glaube, sie entrusten, dass es ihren Intenden Recipient hätte, wenn du bist oder tot bist. Many rookies don't survive their first day especially their first night Those who pick up the dead bodies and recover the scrolls are paid very well by the mages There are people here who can make anything into a job and the desperation doesn't help You're not as special as you thought eh rookie Well I'll have to report yesterday's attack to Gomez shortly but before we leave here do you have any questions rookie yeah just done thank you very much I don't have any more questions don't mention it it's always a pleasure hey you showed promise in the fight but that's not going to do much good without a weapon and there are also lots of wild beasts between here and the camps it would be folly to travel unarmed you can start by taking a look around the exchange zone near the elevator I'm sure you'll find something useful when you get a decent weapon come back and well go to the old camp together yeah also mir gefällt sehr dass die sich in ihren Dialogen sehr viel Zeit lassen das gibt's ja nicht sehr oft da wird einfach alles manchmal nur noch runtergerattert wie ziehe ich denn jetzt meine wasse oh ja so komm her du Käfer hier gibt's auch Sachen ein Erzbrocken oh mein Gott ich sag die Währung hier in dem Spiel Erzbrocken ich weiß es nicht mehr wöchig eins ist schon so lange her da unten ist eine Schatztrube Liedrig benötigt so Mist also muss ich mit mir das mal wieder merken dass es hier unten eine Truhe gibt und sobald ich die Triche habe gehe ich wieder hierher vergesse ich sowieso aber egal sieht schon recht geil aus hier also wirklich für einen für einen Playable Teaser ist das schon ordentlich was ist denn das Gegner oh was hab ich denn jetzt also F5 ist schon mal nicht schnell speichern bin die Lieb raus oh awesome I don't think Gomez will miss this hey oh hello I didn't hear you coming I'm looking for well clues about last night's disaster I see well I have to settle this soon Gomez has little patience and I have other more urgent problems to attend to so so you are I'm Caden guard of the exchange zone this week I worked the morning shift and this is Rufus well what remains he had to work the night shift so as you can imagine I feel particularly fortunate now it's up to me to find out what the hell happened here and try to recover what might still be useful for the old camp well you see in the old camp you can never trust anyone and even less of those who call you friend two of these friends Cyrus and Bedig took advantage of the fact that I had to come here to steal from me a very valuable pendant they know it's important to me but they would sell their mother in order to get some ore in the black market what does the pendant look like we all recognize it easily it is made of metal and has the shape of the god Adenos no incrustations no jewelry no magical powers it doesn't have much value clearly it was stolen out of spite who are these old friends? they were more than friends in fact they were former business partners we had our differences and in the end we decided to dissolve the business but I never thought they would dare steal from me ok let's be clear if I help you what can you give me in return? hmm a businessman that's the attitude I like you tell me what are you looking for? or what do you need? we can start there well a decent sword would do me good a weapon that is easy to obtain and has no owner if you know what I mean oh I understand ok I won't tell Gomez anything if you don't tell anyone about our little deal ok ok we agree then the pendant in exchange for the sword by the way where can I find Saras and Beric they've gone to the woods near the bridge I think be very careful they are violent people you'd better be prepared for anything what do you think you're doing rookie? ok I'm sorry my mistake it won't happen again so I can as a first move if I have the mission erfüllt oh kacke such Saras and Beric beim fluss also so ne Art Map gibt's die immer noch nicht oder? ne ich muss die erst kaufen aber das ist auch ne coole Idee dass man die erst kaufen muss sieht schon schön aus sieht schon sehr schön aus also ich hab echt mal wieder Bock auf so ein richtiges Rollenspiel so ein richtiges langes ja scavenger da hör ich was da hör ich was also ich ich will nicht mit den kämpfen sondern eher mit den reden ich bin sorry Beric das ist das beste für jeder du Kaden sendet dich um mich zu töten richtig? du verdammt du verdammt drücke Y ja das hab ich auch schon mitbekommen ähm ja ne Strafzeit von mehreren Sekunden so ich muss x und parieren ouch nein nein ich falle nicht nach oben zurück haha wir haben beide gleiche Zeit geschlagen man ich drücke immer den ich drücke immer den ich hab's geschafft ich hab's geschafft warte warte nicht töten mich lass mich bitte es ist nicht mal nicht mehr es ist also ich hab's nicht mehr wenn wir sind wir hier ähm bei Game of Thrones dann würde ich ihn sofort erledigen aber wir sind ja bei Gothic Wo jede Entscheidung wahrscheinlich ihre Folgen haben könnte. Also verschone ich ihn mal. Do you really believe that son-of-a-bitches story? A pendant we stole from Caden? Look, boy, he sold you a pop. Wait, what? You mean there's no pendant? Yes, of course. Although it's not really a pendant. It's rather the key to our business. That's why Beric always kept it hidden. I need it back. Do you know where he used to keep it? Oh, shit. I killed him before I asked. In any case, Beric had a very bad memory and used to lose goods before forgetting where he temporarily stored them. That's why he wrote everything down in his logbook. It's probably still on his corpse. You can keep it, man. It's all yours. I'm only interested in getting out of this one alive and forgetting all about Caden and his business. I'm done. Hmm. I don't get it. If you didn't steal anything from him, why did he send me to you? Caden, Beric and I made a lot of money on the black market thanks to the king's goods until the elevators collapsed. Caden thought there was a partner in excess and I agreed. And that's why I'm here. Fewer members, more profits. Now I see my ex-partner wants to be the sole owner of the business. That's why you're here. Luckily you didn't kill me, but I hope Caden thinks you did, right? He'll freak out if you tell him the truth. And you really believe Caden will trust me when I get back? On my word alone, I have no way of proving I killed you. Yeah, right. And that's a problem. Caden doesn't believe anyone but himself. And he'll trust less on a stranger like you. Okay. We'll do this. I'll give you a gift that Caden gave me years ago as a proof of his friendship. I don't think I'll ever need it again. Caden can get a good price for it. He'll give you whatever you agree with him and I'll have a second chance away from that son of a bitch. It's a win-win, isn't it? You're losing a lot of blood, man. You should tend that wound. Yeah, you're right. I'll go to the river to clean it. However, I don't think I can survive without any medication or painkiller. But I don't have the strength or energy to look for it. All right. I'll see what I can do. I know I'm not in a position to ask you any favor. But if you help me, I'll be able to escape to the new camp where Caden won't find me. And in the future, I'll be able to return the favor. All right. I'll take care of it. I'll wait for you on the riverbank. And please don't be late. I need those medicines fast. Or I don't think I'll get out of it. I'll see you on the riverbank. Na ja, da haben wir also unseren ersten Kampf gegen einen menschlichen Gegner gemacht. Und ja, ich muss sagen, das Kampfsystem ist zwar sehr schwierig, wöhnungsbedürftig, aber ich glaube, wenn man es beherrscht, kann es bestimmt recht geil sein. Barracks Lockbuch und Barracks Schlüssel. Okay. 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 Erkunde, Inventar öffnen. Ja, hab ich doch schon nichts mitgekriegt. Ja. Wo ist denn das Inventar? Ja, ich weiß, gegen es in der. Refluggestion. Barracks Lockbuch. Royal Beer Book Uncommon Ring Rusty Sword Quality Meat. So, und das zu finden ist Pendant, eine Treppe rauf, wieder runter, Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ähm, irgendwo ist hier dann ein Schatz. Gilt es für mich ihn zu suchen. Erstmal heile ich mal den anderen, den netten Herrn. Oh, Panzenfleisch bekommen. Ach, da ist ja der nette, ja. Naja, ähm, das war's erstmal für mich. Ich spiele das Spiel definitiv noch weiter. Das geht ungefähr zwei Stunden, wenn man nicht trödelt. Gibt's kostenlos auf Steam. Also, ich will jetzt ja hier auch nicht alles zeigen, den Rest könnt ihr dann selber spielen. dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und vielleicht viel Spaß mit dem Play of the Teaser von Gothic und vielleicht viel Spaß irgendwann in ein paar Jahren mit dem richtigen Remake von Gothic 1 ich würde mich total freuen ja dann bis zum nächsten Video macht's gut